Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 14. November 2022. Ihr hört Geek Talk Daily 1271. Heute habe ich die folgenden Themen für euch. Swissquote, FTX, Starlink, Google Pay, Teufel, Emergency, SOS, Cell Broadcast, Google Stadia und Spotify. Ja, bunt gemischt, aber es passt heute mal so. Ich beginne mit der Swissquote. Die hatten in der letzten Woche, ja es gab den ein oder anderen Ausfall hier in der Daily, deshalb erst jetzt eine DDoS-Attacke. Dadurch war das System leicht eingeschränkt. Was es noch mehr für Auswirkungen hatte, wissen wir bis heute nicht. Was wir aber wissen, ist, dass zum Beispiel auch You einen kleinen Schluck aufbekommen hat. Deshalb, und das hat You unter anderem auch schön kommuniziert auf seinen ganzen Kanälen und natürlich auch die Swissquote. Hier sieht man wieder mal, wie wichtig dann eben Passwörter und gute, gesicherte Accounts sind, damit bei solchen Angriffen auch nicht irgendwelche komischen Dinge passieren können. Wer sich übrigens You und Swissquote mal ein bisschen genauer anschauen möchte, in den Shownotes auf daily.tiktok.ch und im Podcast eures Vertrauens findet ihr einen Link zu einem Testbericht, aber auch zu den Gutscheinen, wo ihr da einfacher einsteigen könnt, wenn ihr dann möchtet. Weiter geht es mit FTX und wir bleiben im Finanzbereich. Das ist ja die oder war die zweitgrösste Kryptobörse, wenn ich es richtig im Kopf zusammen bekomme, die schon länger oder eigentlich immer relativ gut war mit der grössten Kryptobörse. Die beiden Herren haben sich aber ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen zerstritten, aber auseinandergelebt, wie es so schön heisst. Und da gab es ziemlich unschöne Bewegungen, wer sich das ein bisschen genauer anschauen möchte oder anhören möchte. Ich glaube, ach, wo war das? Der Weltpodcast, glaube ich, Finanzweltpodcast. Ich weiss es nicht mehr auswendig. Wenn ich es noch finde, werde ich es bei euch in den Shownotes ergänzen. Ansonsten tut es mir leid, dann ist es schon durchgefallen. Da wird das Ganze gut erklärt, wie die beiden gegeneinander ausgespielt haben. Also vor allem die eine Partei, die andere dann feindliche, quasi unschöne Übernahme ansteuern wollte, die anscheinend jetzt doch vielleicht gar nicht zum Zuge kommt. Es ist schwierig. Die Nutzenden wollten dann ziemlich schnell ihr Geld abziehen. Ich bin nur froh, habe ich meine Kryptowährung nicht da drüben gebunkert. Ich bin halt Fan von das, ja, die Zugangsdaten etc., alles drumherum in eigener Hand zu haben. Sprich, mit so kleinen Dongles, die man dafür nutzen kann. Weiter geht es mit Starlink und da gibt es jetzt Datenlimits. Etwas Unschönes, wenn man bedenkt, dass Starlink immer der einzige Anbieter war, der das nicht hatte. Bei anderen Anbietern zahlt man teilweise deutlich mehr und hatte eben immer Kompromisse. Man hat nicht so schnelles Netz gehabt und man hat vor allem auch nur begrenzte Menge an Netz gehabt und dann wurde gedrosselt. Leider haben da ein paar Menschen wieder mal über die Stränge geschlagen. Nehme ich doch mal schwer an. Denn, zumindest in den USA wurde es bekannt gegeben, dass es in Zukunft Einschränkungen geben wird. Beim Starlink, wer über einen Terabyte an Daten zieht, und ja, das passiert bei mir nicht ein paar Mal im Tag, aber schnell mal alle paar Tage, der wird dann gedrosselt für den Rest des Monats. Das ist unschön und Musk überlegt sich auch, generell die Geschwindigkeit ein bisschen anzupassen. Das sind natürlich beides Dinge, die nicht hätten sein müssen, aber es ist leider immer so, wenn du etwas unbegrenzt anbietest, dann nutzen es die Leute auch sehr, sehr stark. Sehr schade. Was dafür schön ist, ist, Google Pay bekommt, zumindest auf der Webseite, jetzt endlich auch Two-Factor-Authentification. Obwohl Google das eigentlich schon lange für den Account hat, kommt es jetzt eben noch in die Bezahllösung mit rein, sofern ihr das auf der Webseite ansurft, pay.google.com. Da wird ab Dezember, dann rollierend ausgerollt, die Two-Factor-Authentifizierung folgen. Weshalb das so wichtig ist, warum Two-Factor-Authentification so wichtig ist und warum ihr unbedingt einen Passwort-Manager nutzen möchtet. Wer da ein bisschen sich einlesen möchte, in den Links, und ich habe es vorhin schon gesagt, wo das überall der Fall ist, habt ihr die ganzen Links dazu, wo ihr euch ein bisschen einlesen könnt. Spannend wird es bei den Kopfhörern. Hier hat nämlich Teufel mit den Real Blue TWS-S2 neue ANC-Kopfhörer für etwas um die 150 Währungseinheiten herausgeworfen. Was können die? Eigentlich alles, was heutzutage Kopfhörer so tun können müssen. Active Noise Cancellation ist logisch, das muss einfach sein. Lange Akkulaufdauer ist gegeben, 8 Stunden und dann eben bei ANC auf 6 Stunden runtergebrochen. Und mit dem Ladecase bekommt ihr insgesamt doch fast 24 Stunden Laufzeit hin. Ist touchfähig für die Bedienung und ihr könnt es auch über den Sprachassistenten eurer Wahl nutzen. Ich bin gespannt. Mal schauen, ob ich mir die mal ein bisschen genauer anschauen werde. Diese Kopfhörer sind ja immer so ein Ding, was ich mir sehr, sehr gerne genauer anschaue. Dann hat Apple bekannt gegeben, dass Emergency SOS, wie geplant jetzt im November, auf den Markt kommen wird in den USA. Wie angekündigt, man hat ja gesagt, auf Ende des Jahres. Jetzt ist klar, es kommt noch im November. Und wie hat Apple das gewerkstelligt? Apple hat ja gesagt, dass sie da mit Partnern zusammenarbeiten und eine 450 Millionen Dollar Investition gemacht haben in den Apple Advanced Manufacturing Fund, woraus unter anderem sehr viel Geld an Global Star geht, ein globales Satellitenunternehmen, das in den Staaten seinen Sitz hat. Und da sind jetzt 300 Mitarbeiter abgestellt, die unter anderem diesen Dienst befeuern und betreuen etc. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Werde wahrscheinlich nicht so schnell in den nächsten Tagen nach Amerika kommen, aber würde es natürlich super gern mal ausprobieren. Dann gibt es Neuigkeiten zum Zell Broadcast. Netzwerkbetreiber versenden vorab SMS an Kunden. Wer das nicht mitbekommen hat, in der Geek Talk 4322 haben der Achim und ich auf Wunsch der Hörer uns darüber unterhalten. Ich bin gespannt, ob wir dem Wunsch entsprochen haben oder völlig in die andere Richtung gesprochen haben. Und das, haben wir ja gesagt, wird dann im kommenden Jahr getestet, im 2023, Anfang des Jahres. Doch vorab soll es am 8. Dezember circa um 11 Uhr ein Warnmeldetest geben, worüber ihr dann aufgeklärt werdet, was im Fall der Fälle da zu passieren hat und oder passieren wird. Passieren wird bei Google aktuell viel, nämlich Geld zurückerstattet. Wie schon angekündigt, Google Stadia wird ja in die ewigen Jagdgründe verschoben und eingestellt. Im Januar dieses Jahres, nächstes Jahres wird es dann soweit sein. Jetzt hat Google endlich damit begonnen, die ersten Rückerstattungen rauszuhauen. Solltet ihr da schon was bekommen haben, lasst es mich doch wissen. Ich warte dann noch auf meine Mail dazu mit mehr Informationen. Und zu guter Letzt habe ich euch noch kurz eine Neuigkeit zu der Spotify-App, unter anderem für die Apple Watch-App. Spotify hat nicht nur für die Apple Watch, aber unter anderem eben auch für die Apple Watch-Updates rausgehauen. Was ist jetzt einfacher möglich, Musik auf die Apple Watch zu verschieben, um sie da offline anzuhören, wenn ihr kein Netz habt und nicht die LTE-Version oder 5G-Version davon habt. Respektiv die 5G gibt es ja noch gar nicht. Gibt es sie schon? Auf jeden Fall LTE-Version. Sagen wir einfach die Mobil-Version. Ihr könnt das einfach verschieben. Und neu soll es auch so sein, dass man zum Beispiel neue Podcast-Episoden mit dem blauen Punkt versehen hat, dass man sieht, dass man diese Episode noch nicht angehört hat. Na dann, viel Spass beim Podcast-Hören über eure Apple Watch und Spotify. Wenn es denn unbedingt sein muss, lieber darüber als gar nicht. Aber ihr wisst ja, es gibt genügend Alternativen auf dem Markt. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Start in die Woche. Besten Dank an die Tippgeber zu den Themen in dieser Episode. Und wir hören uns bald wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.